Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog zu mir und zwar geht es heute nach Berlin, das ist das erste Mal für mich jetzt. Und zwar geht es für mich aufs Exchange Video, wo ich als YouTuberin beweisen werde und ja, wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und let's go! Wir sind jetzt im Flugzeug. Also das ist unser Hostelzimmer, hier ist unser Bad. Das ist gar nicht mal so schlecht und dann sind hier unsere Baden, hier und hier, das Annika in der Slam. Hi! Also jetzt ist schon der nächste Tag und jetzt fahren wir gerade zur Location und gestern war ich nur in der Mall und hab was auch gekauft. Zum Beispiel poliert und sonst waren Leute, ich hab's schon geredet und so. Und ja, heute geht's schon wieder. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Ja! Ihr lernt halt einfach so mit harten Situationen. Hi! Das ist unbeschreiblich. Das Essen ist so kaputt. Alles war übel schön, es war voll cool und so. Jetzt mein Pump in Spice Latte für dieses Jahr, yay! Hast du auch einen? Guten Morgen Leute, heute gehts zurück wieder. Wir sind jetzt am Packen. Ich bin schon fertig. Ja. Und wir gehen jetzt noch zum Bomburator, machen ein paar Fotos und dann fallen wir auch schon zum Flughafen. Ja.